Hmm, wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde, kaufe Waren ein. Ah, okay. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Das glaube ich. Das ist das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Aber das glaube ich. Ah, super. Das glaube ich. Sehr gute Idee. Das hätten wir nicht bereits schon alles verloren. Okay. Aus der halb der Heimatstation mal. Langsamen, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaya vorbeiführt. Okay. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Hm. Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monate durchgegangen und... Ich mag ihn einfach nicht. Das hört sich nicht sehr vertrauenswürdig an. Ist das wirklich eine gute Idee, diesen Tunnel zu benutzen? Naja. Wer bin ich, um das noch zu beurteilen? Ich kenne hier keinen einzigen Tunnel. Danke. Wir fahren eine Dreisina und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Hoffentlich. Soll ich mal durchladen. Alles okay. Mal schauen. Scheint alles ruhig zu sein. Verdammt tot mein Kopf, ey. Was ist alles? Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf dem Bereich hinter uns, Herr John. Klar, hilf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Wie? Wer? Kannst du Sie nicht weinen hören? Wenn meinst du mit Sie? Was ist das? Das ist ein Geräusch. Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris? 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 Hey. Was? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Das ist eine Anomalie, glaube ich. Ich habe davon gehört. Mein Gott. John. Was ist das? Oh. Scheiße. Was sind das für Wesen? Was sind das für Wesen? Was ist 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 das für Wesen? Der Kacke. Verdammte Scheiße. Oh oh. Da hinten ein Osalis. Oh oh. Verdammte Mutanten. Gib Gummi, mein Freund. Gefohren sich niemand. Mach ich. Geh weg, du blödes Vieh. Geh weg mit dir, du blödes Vieh. Geh weg, du blödes Vieh. Geh weg, du blödes Vieh. Geh weg mit dir. Geh weg. Weg mit dir. Weg mit dir. Mach ich doch. Geh weg mit dir, blödes Vieh. Weg mit dir. Mach ich doch. Weg mit dir. Gib Gummi, mein Freund. Geh weg mit dir. Geh weg mit dir. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Zurück. Ich bin's. Jungs, aufhören zu schießen. Weg mit dir. Weg mit dir. Jetzt brennt sie weg. Lass uns ihnen den Marsch blasen. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Oh, Jungs, wir haben es überlebt. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Atjom, der Monster und Anomalie in gleichermaßen bekämpft. Auf Atjom. Danke, auf euch. Oh, ich weiß nicht, ein Junge. Ohne dich Atjom werden wir kurz erfetzt werden. Du hättest deinen Ordnung verdient. Oder wenn ist das etwas extra, Mun? Hier, nimm das. Danke. Auf dich Atjom. Danke. Atjom, auf dich. Nie wieder, meine Freunde. Nie wieder. Atjom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Keine Ahnung. Mal sehen, ob dieser Pilzwortgein umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Atjom. Auf deine Gesundheit. Natürlich. Scheiße, stark. Der Wodka haut rein. Ja. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu tun, als ich herumsetze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. Und wurden wir ohnmächtig. Gut, wenn man mal nach Böben sucht. Der Hunter. Oder wie? Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Deutsche kaufen. Kein Ding. Ich hab meine Rechte. Lasst mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befälle. Ah, hier wären... Könnte man Waffen einkaufen? Der Tunnel zum Markt ist vorübergehend geschlossen. Okay. Ja, schauen wir uns hier mal noch um. Nichts zu finden, leider. Nichts. Gibt alles nicht auf. Naja, nichts zu holen hier. Eine riesige Station hier. Was ist hier? Ah, von hier sind wir gekommen. Ah, hier ist noch was. Kann man mitnehmen. Wichtig ist es hier alles gut zu untersuchen. Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Sind Sie, Atyom? Ja, kleiner Mann. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Hm. Deine Patrone führe ich Sie dahin. Das hört sich doch vernünftig an. Danke, gehen wir. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Ich will hier gerne noch ein bisschen umschauen. Hey, gehen wir. Ich komme ja gleich. Ich will mich gerne hier noch ein bisschen umschauen. Folgen Sie mir. Ich komme ja gleich. Lass mich hier noch ein bisschen umschauen. Nichts nur behaupten. Ich komme ja. Keine Ahnung. Hey, gehen wir. Ja, nur nicht stressen. Nicht gerade das Gelbe vom Ei hier. Alles etwas heruntergekommen. Folgen Sie mir. Ich komme ja schon. Freund. Oh mein Gott. Zudem sind wir also verkommen. Irgendwelchen. Verkommenen. Wo sind Sie? Ich bin ja hier. Okay, hier ist das Scheißhaus. Ich komme nicht, dass ich hier länger sein möchte, als ich muss. Hey, gehen wir. Was ist hier? Vielleicht gibt es hier noch was zu holen? Folgen Sie mir. Ich komme ja. Keine Angst. Ich will mich hier nur gerne nochmal umschauen. Wo sind Sie? Hier ist nichts. Nichts zu holen. Wurde wohl alles ausgeplündert. Wer kann es den Leuten verhüben? Hey, gehen wir. Oh, da oben hängen wir schon. Oh, da oben hängt was. Ein Schlüssel? Folgen Sie mir. Zu einem Schlüssel gehört immer ein Tresor. Ob hier wohl in der Nähe irgendwo ein Tresor ist? Wo sind Sie? Ich komme ja schon. Auf zu stressen, mein Freund. Oh. Hey, da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Ich danke. Okay. Ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Für einen Tresor. Ich frage mich, ob hier irgendwo ein Tresor ist. Alles, was ich hier zusätzlich bekommen kann, ist von Vorteil. Ah, hier. Ah, perfekt. Gibt es noch was? Nein, das scheint alles zu sein. Boah, ich stecke das. Da hinten war aber noch extra Munition. Komme ich hier rein? Der da schläft. An der anderen Seite. Naja, egal. Wollen wir mal schauen, wer mit mir reden will. Komm her. Du bist auch jung, richtig? Bin ich. Okay. Boerben? Boerben? Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen. Aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, der vor der man ja Angst hat. Okay. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dort hin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht. Fairer Tausch. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Glaube ich, ja. Das ist es wohl. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber die extra Munition würde ich mir gerne noch holen. Erstmal nie, wo man sie gebraucht hat. Das müsste wohl hier gehen. Ha, perfekt. Da ist leider nichts mehr drin. Das ist die Stromversorgung, die ich nicht abstellen möchte. Ich glaube nicht, dass ich mir dadurch viele Freunde mache. Bourbon ist hier durch die Tür. Okay. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was die Metro so für uns Lager hält. Okay, Bourbon.